Hallo und herzlich willkommen zurück zum weiteren Video von meinem Kanal. Du bist auf der Suche nach Webseiten, mit denen du 380€ und vielleicht auch noch mehr mit verdienen kannst. Dann könnte das heute Video für dich ganz interessant sein. Ich habe 5 Webseiten für dich heute am Start. Die eine oder andere ist auch dabei, die etwas unbekannter ist. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Das unterstützt mich, motiviert mich, ist kostenlos für dich in 2 Sekunden erledigt. Ich sage auch schon jetzt mal, vielen, vielen Dank schon an die 251 Abonnenten. Es ist wirklich krass. Vielen, vielen Dank für eure Abos. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank, dass ihr meinen Kanal abonniert habt und regelmäßig meine Videos schaut. Wenn du Videos suchst rund um das Thema Online-Geld verdienen, dann schau mal auf meinem Kanal vorbei. Da findest du sehr viele Videos rund um das Thema Online-Geld verdienen. Schau da gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, wir legen los mit der ersten Seite, mit der man bis zu 380€ pro Woche verdienen kann. Die erste Plattform, die ich euch vorstellen möchte, ist die Plattform Fire, würde ich es aussprechen. Das Ganze ist eine Plattform, wo ihr eure Musik und auch E-Books verkaufen könnt. Ich finde das sehr spannend, dass du Musik und E-Books auf einer gleichen Plattform verkaufen kannst. Ist jetzt keine Sache, die irgendwie eng zusammen sehr ähnlich ist, sage ich es einfach mal. So E-Books und normale Bücher oder sowas hätte ich verstanden. Aber Musik und E-Books ist jetzt nicht unbedingt das Gleiche. Nichtsdestotrotz kannst du auf dieser Plattform eben deine Musik und auch deine E-Books verkaufen. Und hast eine tägliche Auszahlung, du hältst 80% der Erlöse, keine laufenden Kosten und ein professionelles Support-Team gibt es ebenfalls. Es gibt hier ein riesengroßes FAQ, wo ihr alle möglichen Fragen nachgehen könnt. Also es ist wirklich ein großes FAQ. Wir gehen jetzt hier mal ganz kurz nur in die Kurzanleitung rein. Zum Thema Registrierung und Aktivierung, wie das Ganze läuft. Um mit dieser Plattform Musik und E-Books verkaufen zu können, musst du dich eben registrieren. Der Benutzername ist nicht der Label-Name. Richtigkeit der Mobilfunknummer, Bankdaten, Registrierung abschließen und so weiter und so fort. Ich brauche Videotutorials zum Veröffentlichen von Musik und E-Books, wo du das ein bisschen genauer siehst. Zum Thema Veröffentlichen ist hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die man sich durchlesen kann, wie man hier eben genau Musik oder ein E-Book veröffentlicht. Auch das gibt es hier. Und ein paar andere Fragen. Bloß, wenn wir jetzt nochmal zurück zum FAQ gehen, gibt es so viele mehr Fragen, die ihr euch durchlesen könnt. Auch zum Thema Voraussetzungen. Wer kann Anbieter werden? Du musst mindestens 18 Jahre sein. Nehmt ihr alle Songs auf und so weiter. Braucht ihr ein Label und so weiter. Es gibt hier tausende Fragen, die ihr euch genau durchlesen könnt. Wenn ich die jetzt alle hier durchgehen würde, dann würden wir morgen noch hier sitzen. Deswegen solltet ihr, wenn euch das Ganze interessiert, selber mal anschauen. Hier die Fragen zum Thema auch Preise oder Urheberrechte, Statistiken und so weiter. Könnt ihr euch alles genauer durchlesen. Schaut auf der Seite selber vorbei. Eben mit der Plattform könnt ihr Musik und E-Books verkaufen und darüber eben ein sehr gutes Einkommen mit generieren. Gehen wir weiter zu Seite Nummer 2. Seite Nummer 2 ist die Seite Dreams Time. Ich habe schon sehr viele oder doch schon einige Plattformen in dem Bereich vorgestellt. Das Ganze ist eine weitere Plattform, mit der du Stockfotos damit Geld verdienen kannst. Das heißt, du machst irgendwelche geilen Bilder und kannst die hierüber dann eben verkaufen und darüber Geld generieren. Da habe ich schon einige Plattformen in dem Bereich vorgestellt. Das ist eben eine weitere, die es gibt, die auch sehr spannend und sehr cool ist und mit der du auch Geld verdienen kannst. So verkaufst du Bilder. Du kannst übrigens auch Videos hier drüber verkaufen. Also Fotos, Bilder und Videos. Du musst hier ganz einfach nur kostenlos registrieren. Und bevor du eine Datei hochlädst, musst du sicherstellen, dass das folgende Kriterien erfüllt. Natürlich muss es deine Arbeit sein und du musst das Urheberrecht daran haben. Und viele andere Sachen. Keine anschließenden Inhalte. Du brauchst eine Modellfreigabe. Wenn erkennbare Personen sind, Copyrightsachen und so weiter. Dateianforderungen. Auch dazu gibt es einiges, was man sich durchlesen kann. Einnahmen für registrierte Nutzer. Vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Kann man hier alles auswählen. Je nachdem Bilder, Videos oder Audios. Und hier die Content-Ebene, in welcher ihr dann eben seid. Und könnt dann hier genau sehen, bei einem nicht exklusiven Bild, exklusiven Bild oder exklusiver Benutzer. Wie da eben die Einnahmen mit sind. Könnt ihr das Ganze hier ansehen. Und auch Einnahmen aus erweiternden Lizenzen könnt ihr euch ansehen. Und dann hier eben auf Datei hochladen gehen. Und dann könnt ihr hier eben euer Bild oder euer Video oder euer Foto hier eben hochladen. Und darüber eben Geld verdienen. Dann haben wir die Plattform uptipper.de. Finde ich eine sehr, sehr coole Plattform. Eine deutschsprachige Plattform, mit der ihr Geld verdienen könnt über Transkription. Ganz kurz, Transkription ist ganz einfach gesagt eine Audiodatei, die ihr quasi in Schriftform, in einem Word-Dokument schriftlich festhaltet. Was da gesagt wird in dieser Audiodatei. Jetzt ganz, ganz simpel erklärt. Und da gibt es auch einige Plattformen in dem Bereich Transkription wie GoTranscript und viele weitere. Eine deutschsprachige Plattform ist eben uptipper.de. Und ich finde das eine sehr, sehr gute Plattform, mit der du auch sehr, sehr gutes Geld mitverdienen kannst. Also eine Menge an Geld mitverdienen kannst. Und wenn du dich hier registrieren möchtest, kannst du hier unten auf Jobs gehen. Und die Plattform ist jährlich auf der Suche nach erfahrenen Schreibkräfte auf Honorarbasis. Ganz wichtig. Und wie läuft das Ganze ab? Das Ganze sind drei Schritte. Du machst hier als erstes ein Bewerbungsformular. Das ist das hier. Das füllst du einmal aus. Danach geht es zu Punkt 2, wo du ein paar Probeaufgaben per E-Mail bekommst. Und die musst du dann erledigen. Die werden aber auch vergütet. Das ist definitiv was Positives. Ich kenne Seiten, wo du Probeaufgaben machen musst, die nicht vergütet werden. Auf der Plattform wirst du sogar dafür noch vergütet. Finde ich sehr, sehr cool. Auch wenn es nur unter Anführungszeichen 10 Euro sind. Und Nummer 3, wenn das Ganze passt, die Probeaufgaben werden dann eben von der Plattform überprüft. Und wenn das Ganze passt und du angenommen wirst, hast du eben Zugriff auf die ganzen Aufträge der Plattform und kannst dann eben diese Transkriptionsjobs erledigen und darüber sehr viel Geld verdienen. Zusätzlich gibt es hier, also das ist hier dieses Bewerbungsformular. Könnt ihr euch alles dann hier eben eintragen. Zusätzlich gibt es hier noch eine FAQ, was man sich durchlesen kann zum Thema Umsatzsteuer befreit oder ähnliches. Rechtsform. Könnt ihr euch durchlesen. Gibt es eine Festanstellung. Auch nochmal wie das mit den Probeaufgaben und der Vergütung ist. Steht ja auch nochmal. Die dauern jeweils ca. 10 Minuten. Und eben wenn du das Ganze schaffst, bekommst du eben eine Vergütung von ca. 10 Euro. Wie viel kann man verdienen? Ist natürlich ganz unterschiedlich, je nach Auftrag ganz unterschiedlich. Grundsätzlich ist eben die Vergütung auf der Plattform pro Minute, so wie bei den meisten Plattformen in dem Bereich, also pro Minute transkribierte Audio- oder Videodatei. Das heißt, der Schonlohn hängt davon ab, wie viel du schaffst, also wie schnell du eben bist. Und ansonsten, wie viele Aufträge kannst du auf der Plattform haben? Das hängt von deinem Qualifikationsprofil ab. Wenn du sehr schnell, sehr gut bist, dann kannst du hier sehr, sehr viele Aufträge erledigen, sehr, sehr viel Geld mitverdienen. Da schaffst du die 380 Euro pro Woche auch auf jeden Fall. Und ansonsten, auch wenn du jetzt nicht so gut bist, hast du trotzdem ein paar Aufträge, die du hier erledigen kannst und immer wieder ein paar Euro mitverdienen kannst. Und ansonsten, falls du noch mehr Fragen durchlesen möchtest, kannst du das natürlich gerne machen und kurz das Video stoppen. Und ansonsten gibt es hier noch sehr, sehr viel Text. Auch da könnt ihr das Video kurz stoppen. Sehr vielseitige Themen und so weiter. Da gibt es hier ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, eine Einnahmequille, die eben sehr sicher und seriös ist. Wie gesagt, ihr könnt euch diese ganzen langen Texte gerne durchlesen. Und so sieht das Ganze aus, weil das würde jetzt, wenn ich den ganzen Texte noch durchgehen würde, dann würden wir auch hier noch in 10 Minuten hier sitzen. Aber ich finde Abtipper, die eine sehr, sehr coole Plattform eben mit Transkription Geld verdienen, finde ich sehr, sehr cool. Könnt ihr gerne abchecken. Ihr solltet euch natürlich aber mit Transkription ein bisschen auskennen und die Transkriptionsregeln und so weiter. Aber dann könnt ihr hierüber eben sehr, sehr cooles oder sehr, sehr gutes und auch cool. Ich finde Transkription sehr, sehr cool, weil ich kann mit der Tastatur sehr schnell schreiben. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache und Transkription und wo ich auch sehr gut drin bin. Nächster Satz könnt ihr das Ganze gerne abchecken. Wir gehen weiter zur Seite Nummer 4. Seite Nummer 4 ist die Plattform Work Genius. Auf der Plattform habe ich selber einige Monate gearbeitet als Freelancer, wo ihr hier eben auf der Plattform als Freelancer in verschiedenen Aufgabenbereichen Jobs erledigen könnt. Auf der Plattform habe ich hauptsächlich Texte geschrieben und habe damit mehrere hundert Euro gemacht. Und ja, ihr habt hier, wenn ihr euch registriert, Zugriff zu einem Auftragspool, wenn da gerade Aufträge da sind und ihr die erledigen wollt, könnt ihr die erledigen. Ihr müsst die nicht erledigen. Ihr könnt sagen, ich mache jetzt mal drei Monate lang gar nichts, wenn ihr keine Lust habt. Und das ist absolut kein Problem. Aber wenn Aufträge da sind, dann könnt ihr natürlich auch so viele machen, wie ihr wollt. Und die Kunden, wenn euer Auftrag erledigt ist, können euch dann bewerten. Ihr bekommt eine Sternebewertung. Und natürlich, wenn ihr eine bessere Sternebewertung habt, habt ihr auch Zugriff auf mehr Aufträge und könnt mehr Geld verdienen. Wenn eure Sternebewertung schlecht ist, sieht das Ganze natürlich ein bisschen schlechter aus. Ihr könnt mit der Plattform wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen. Wie gesagt, ich habe selber mehrere hunderte Euro mitverdienen mit der Plattform. Und das direkt von Anfang an. Also es ist jetzt keine Seite, wo ihr erst monatelang arbeiten müsst, bis ihr Zugriff auf einen guten Auftragspool habt. So, ich hatte von Beginn an schon echt gute Aufträge. Auch teilweise Aufträge, wo du 6.000 Euro mehr verdienst. Ja, dementsprechend war das aber für Programmierung. Und da kenne ich mich persönlich nicht aus. Deswegen konnte ich den Auftrag nicht annehmen. Aber jemand anderes hat es bestimmt gefreut, so einen Auftrag anzunehmen, der sich da ausgibt mit Programmierung. Dementsprechend gibt es sehr, sehr viele Aufträge. Und ich finde es eine mega coole Freelancer-Plattform. Es ist deutschsprachig. Also ich hatte hier einige coole Leute, Kontakt gehabt auch. Mit einigen coolen Kunden. Und das Einzige ist, wenn ihr hier Geld auszahlen wollt, dann müsst ihr hier euch ein Konto bei Hyperwallet erstellen. Euer Geld kommt dann quasi auf euer Hyperwallet-Konto. Und von eurem Hyperwallet-Konto könnt ihr dann das Geld auf euer Paypal-Konto oder Bankkonto überweisen. Das ist vielleicht ein kleiner Negativpunkt, dass ihr nicht direkt auf Paypal auszahlen lassen könnt. Aber trotzdem finde ich das ganz, ganz cool. Wenn ihr hier eben als Freelancer euch registrieren wollt, geht hier oben auf für Freelancer werden. Und dann könnt ihr euch hier registrieren und bewerben. Ihr müsst hier keinen Bewerbungsprozess erledigen wie auf anderen Plattformen. Hier steht es ohne langwierige Bewerbungsprozesse oder feste Verträge. Und ihr könnt hier ganz easy einfach registrieren und direkt loslegen, sofern Aufträge da sind mit den Aufträgen. Und darüber eben dann Geld verdienen. Und ich hatte da absolut keine Probleme bezüglich der Auszahlung. Das kam immer sehr schnell an. Ob das jetzt innerhalb von 24 Stunden war, weiß ich nicht. Aber es kam auf jeden Fall immer sehr, sehr schnell an. Und das Ganze ist eben skillbasiertes Matching. Wie gerade schon gesagt, wenn du gute Bewertungen hast und das Ganze gut funktioniert, werden dir mehr Projekte angezeigt und eben auch Projekte, die zu deinem Skillset passen. Und du kannst die einfach mit einem Klick annehmen. Du kannst dir das Briefing durchlesen, was du machen musst genau. Und es gibt keine Preisfandung. Du siehst genau schon angezeigt, wie viel Geld du verdienst für diesen Auftrag. Also ich hatte Textaufträge, so Texte schreiben mit, keine Ahnung, 800 Wörter oder so. Wo du, Moment, ich kann mal kurz nachsehen. So, ich sage mal so 600 bis 800 Wörter musste ich meistens schreiben bei meinen Aufträgen. Und da habe ich so von 30 bis 60 Euro verdient pro Auftrag. Und das ist sehr, sehr gut bezahlt, meiner Meinung nach. Und das Ganze ging relativ schnell. Also ich habe die Aufträge in zwei, drei Stunden erledigt. Dementsprechend ging das ganz gut. Und eben war sehr, sehr gut bezahlt. Ja, also zwei Stunden Arbeit für 60 Euro, wenn ein Stundenlohn von 30 Euro, kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall machen. Deswegen, ich finde Berktschießen ist eine mega coole Plattform. Kann ich wirklich nur absolut empfehlen. Hatte ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht und sehr viel Geld mitverdient. Ein paar hundert Euro. Einfach nebenbei so für ein paar Schreibaufträge. Wie gesagt, es gibt nicht nur Schreibaufträge auf der Plattform, auch viele andere Programmierungen, Designer und so weiter. Also nicht nur Schreibaufträge. Nur das ist das, was ich hier auf der Plattform am meisten gemacht habe. Und auch das, wozu ich am meisten Aufträge bekommen habe. Das war eben dieses Skill-basiertes Matching. Finde ich auf jeden Fall eine coole Plattform. Kann man auf jeden Fall machen. Dann haben wir die Plattform Simply Hired. Eine Plattform, wo ihr nach Jobs suchen könnt. Als Beispiel Ghostwriter. Wenn euch hier jetzt verschiedene Ghostwriter Jobs euch angezeigt. Ihr müsst natürlich immer darauf achten, sind die Jobs im Homeoffice. Könnt ihr die als Remote machen, sprich von überall. Auf das müsst ihr natürlich immer achten. Hier zum Beispiel Ghostwriter Homeoffice. Und dann steht jetzt hier eine Stellenbeschreibung. Könnt euch die ganze hier durchlesen. Was genau erwartet wird, gesucht wird, was du bekommst. Und eben allgemein, worum es genau geht. Also es ist quasi so eine Art Jobbörse. Wo ihr hier verschiedene Jobs in verschiedenen, ja je nachdem, was für eine Fähigkeit ihr habt. Was ihr sucht. Könnt ihr hier eben mit Simply Hired euch Jobs suchen. Auch könnt ihr nach eurem Bundesland oder Postleisterl suchen. Auch das geht. Und ja, eben Jobs finden. In sehr vielen verschiedenen Bereichen. Darüber eben sehr, sehr viel Geld verdient. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben und ein Abo auf diesem Kanal. Vielen Dank, wie gesagt, für die 251 Abonnenten. Fettes, fettes Dankeschön geht draus. Das ist, wie gesagt, nicht selbstverständlich. Lass gerne ein Abo oder lass gerne ein Like da. Wenn du andere Videos suchst, oder was du im Online-Geld verdienst, schau auf meinem Kanal vorbei. Und wir sehen uns am Dienstag wieder zu einem weiteren Video. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß beim Online-Geld verdienen. Und wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Bis dann, lass krachen und tschüss.